ja und wir haben jemand gefunden den mike mit 1180 mal sehen ob die siebene oder achte sieges serie ich muss mal gucken wie wie viele das waren ob die jetzt beibehalten wird ziel ist jetzt 2000 natürlich ist ja klar oder 2500 mal schauen vielleicht immer auf die 3000 gucken wie weit war mit einem spiel kommen so wieder zurück zum spiel rhino elite speed quick supply dann nehme ich doch mal wir kämpfen gegen a kleid und phoenix und es scheint specialist den ich auch gern gehabt ja wir stellen uns auf wir haben schon was gegen seine phoenix also würde ich sagen die phoenixe machen wir das so und hier kommt eventuell ein zweiter hin und die frage ist jetzt krawler oder fangs würde gerne dass sie alle nicht so reinlaufen ich versuche was neues nicht dass ich versuche es einfach mal dass die alle hier rein kommen das habe ich letztens gesehen ist nicht cool weitere panzer vielleicht dann lieber so ich mache es mal so ich probiere jetzt was neues aus aber ich habe meine schöne siegeserie was ist das denn immer schon da gewesen wahrscheinlich ne ok hier wird einiges angezogen sogar die hier hinten hier kommen demnächst dann meine engineer crawler hin ich habe noch keinen namen dafür gefunden wenn du weißt worüber ich rede und du einen coolen namen hast dann schreibt meine kommentare so ich sollte mich vielleicht auch aufs game konzentrieren also kleinkram mehr kleinkram das wären dann die crawler ne gucken was wir kriegen ja clear und taifun wäre natürlich gut von denen kriegen wir dann zwei ich würde sagen so viel kleinkram hat er gar nicht aber das wäre dann halt der clear aber ich hole mir eh die crawler also vielleicht die hier er ist aber auch gut gegen phoenix ne ich hole mir dann die moment mal moment mal wie schnell seid ihr 9 8 also ein bisschen schneller die können wir dann noch später mit laufen lassen zur party recht so rum wo ich muss auch an meine das war so erst und dann kommen die hier dran ich muss nämlich auch zuerst an meine crawler denken und vor allen dingen auch an el taktico hier und dass ich natürlich auch jemanden brauche der noch ganz spät zur party kommt und dann passt das nämlich perfekt war hier noch einen reinhauen vielleicht so ein bisschen versetzt 13 sekunden noch das war so mal schauen was passiert ok von dem hätte ich mir natürlich jetzt auch schön die bieten holen können dafür mein manöver der dicken pötte geholt ich mal gucken was passiert also die kriegen wir alle schön abgelenkt er wird dann nicht wissen was was kommt nämlich mal an klein kram wird gut kriegen wir jetzt gut hin und hier ist jetzt noch nicht so viel damage wie ich gerne hätte das heißt wir brauchen auf jeden fall mehr damage das heißt beacon und mehr damage auf der linken seite ihn noch haben ist halt besser ja das funktioniert alles nicht ne das alles die 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 reihenfolge ist voll auf also gegen mich ok aber jetzt erst mal wegen 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 deployment ich hole es mal vielleicht brauchen wir es noch vielleicht auch jetzt hierfür aber erstmal nicht vergessen nicht vergessen die gute alte beacon und dann kommt el taktico wieder zack und dann kennt das ja schon schön in die berge man sieht sich freunde und dann brauchen wir jetzt natürlich damage ich würde sagen eher ground damage oder was gegen alles ich meine ich könnte mir jetzt auch noch könnte mir einfach noch mehr scharfschützen holen die leppeln vielleicht oder ich hole mir eben auch ich hole mir eben auch welche mach ich lieber lass mir ein bisschen lieber lieber rara rara ja und können wir jetzt hier noch irgendwas ändern vielleicht die ein bisschen weiter nach hinten vielleicht die ein bisschen weiter nach hinten ja es ist zu spät es ist zu spät ich habe zu lange überlegt gut sehr schön komm 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 ja alter was ist denn hier los ja gut das ist gut dass ich die phoenix geholt habe oh das ist doch fies aber was macht ihr denn jetzt den ist aber nicht erlaubt hier hier bietet sich auf jeden fall auch ein scorpion an ne aber ich habe jetzt auch die schon gekauft und ich neige immer dazu jetzt zu viel zu kaufen viel zu viel und am ende ist es wieder er ne ok ok ja natürlich habe ich ja geplant ist ja klar ok dann nehme ich mal hier er wird bestimmt die wespen nehmen aber das ist für mich überhaupt kein problem denn ich habe jetzt ihn hier und jetzt machen wir hier mit hm 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 Wer ist denn hier mit? Und dann so. Und ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt noch mehr Damage hier an den Start kriege. Am besten. Und am Ende auch mehr Kleinkram, ne? Aber wo? Ja, am besten trotzdem hier auch, ne? Ah, aber nicht blöd. Du hast die ganze Zeit geschrien, ne? Time! 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 Und was macht... Oh. Und was macht er? Er macht einfach gar nichts. Er lässt sich snipen und komplett zerstören. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte nur einen hier hingestellt haben, damit der getriggert wird. Ah, aber nein. Unkonzentriert heute. Unkonzentriert heute. Wie kriegen wir das jetzt wieder rum? Auf jeden Fall nicht mit so blöden Manövern, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Viel Zeit hab ich nicht mehr. Ach, ich bin Idiot. Ich Idiot. Ne, so. Das bringt alles nix, ne? Das kriegt er mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage, mehr Reichweite und dann noch mehr Damage. Dann den hier, den lassen wir stehen, der kommt hier hin und dann holen wir uns noch mehr Damage. Und zwar hier hin und dann gucken wir mal, ob das reicht. Ich brauche jetzt auch mal einen Snipe, ich brauche erst, ich muss jetzt auch mal Shit machen hier. Er macht einfach weiter, ne? Okay, das wird wohl gehen. Wenn die keine Action machen hier. Schlag zu! Okay. Jetzt mal hier ein bisschen was machen, Freunde. Alle umbringen, bevor der Snipe kommt hier. Und sie gehen einfach hier lang, ne? Okay, selbe Spielchen nochmal, bitte. Okay, okay, okay. Okay. Da kommt er ins Spiel, oder? Für noch mehr Damage. Nee. Die wäre knallhart verkauft. Das passt schon. Er wird mich wahrscheinlich jetzt hier holen wollen. Nehme ich mal an. Wir machen trotzdem hier unseren Move und versuchen ihn nochmal abzulenken. Die potenzielle Rakete geht hier drauf. Wenn er das nicht macht, sind die weg. Also irgendwas muss er hier machen. Und insgeheim gehen wir jetzt hier noch mehr auf Damage. Habe ich schon mal gesagt, ne? Und zwar direkt. Was kriegen wir denn da? Siege Modus. 70. 40. Ich nehme die 70. Der muss einfach weg. Alles muss einfach weg. So. Und. Und, 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 und. Gerne ihn noch hier. Schön late. Zur Party. Am besten bei ihm auch. So ein bisschen gestaggert hier. Hier sind ja nicht die schnellsten. Und. Lion. Und einmal den hier. Und einmal bitte den hier. Hoffentlich überrascht ihn das ein bisschen. Die sind weg. Das ist okay. Die sind abgelenkt. Er wird wahrscheinlich wieder einen machen, oder? Aber hoffentlich kommen die dann. Hm. Naja, das passt diesmal. Schild hat nur ein bisschen geholfen. Aber die, was sind die jetzt hoffentlich? Und die müssen jetzt einfach hier arbeiten. Hallo, was ist mit ihm jetzt? Ultrasteelballs, aber die werden auch gemacht, ne? Ist eigentlich egal. Okay, ich würde sagen, hat gereicht. Gut. Die sind alle tot. Und ja, gut. Jetzt kann er auch snipen. Ist egal. Gerne noch eine Salbe. Ja. Komm. Er hätte doch mal eher sitzen können, oder? Ach, guck mal. Wenn die eher gesessen hätte, ne? Wie er jetzt ausrastet hier. Aber jetzt alle platt machen. Moment mal. Was das Ding ist. Ne. Replikator nicht drin. Damage, Damage, Damage hab ich gehört. Puh. Man. Freunde. Warum? Also, er wird Feuer machen, nehme ich mal an, ne? Sind gefeuert. Oder Schild hier fliegen. Ne, hat er nicht. Ah, das war das Problemchen. Ja. Lohnt sich Feuer für mich eigentlich nicht so, ne? Das auch nicht. Und für alles andere hab ich eigentlich nix. Ne. Ich skippe. Ich skippe. Ähm. Und mach hier weiter. Und hier auch. Und dann. Und dann. Kaufe ich die Tanks. Und würd gerne. Würd gerne Overlord spielen. Ist aber wahrscheinlich nicht so geil, ne? Sollte ich nicht machen. Aber was soll ich machen? Panik. Scheiße. Ach, die Schilde. Natürlich. Natürlich. Ich hab's mir am Anfang noch gedacht. Feuer kann man natürlich auch gegen mich einsetzen. Oh no. Ach. Es ist noch zu viel. Schade, schade, schade. Ach, die Snipe werde ich trotzdem. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, was hier passiert ist. Da sind zu viele auf einem Haufen. Wahrscheinlich. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Tja, der zweite Snipe, äh, Tower killt mich natürlich jetzt. Wahrscheinlich war's das auch, ne? auch wieder ganz viele fiese fiese kleine Fehler und große auch 1,6 soll es dann gewesen sein, jetzt kommen die dicken ja, das war der Mike Warmmachrunde sozusagen und ich würde sagen, machen wir gleich noch eine Abfahrt Abfahrt